hallo leute und willkommen zu einem kurzen kleinen mini video sag ich mal wir haben nämlich endlich 40.000 erreicht 40.000 abonnenten ich wollte ich nur mal kurz allen danken dafür es ist ziemlich geil dass wir endlich die 40.000 haben denn die 30 waren um ehrlich zu sein doch ziemlich ziemlich anstrengend um so an zu sagen hat ziemlich lange gedauert aber naja wir haben es endlich endlich wir haben sie endlich hinter uns die facecam kommt auch bald versprochen ich muss ja die letzten vorbereitungen treffen deswegen habt ihr mich noch mal hier als durch wie gesagt bald kommt die facecam nicht panik nicht panik gut deutsch jedenfalls 40.000 freut mich nächstes richtig special ist bei 50.000 ich wollte es nur mal mich bedanken und das rück schau wer war aber rückblicks video 2 60 kommt auch weiter naja auf jeden fall danke für 40.000 abonnenten ich wieder bist du schon was goldersack tschüss bis zum nächsten mal euer gcg ciao